Hallo zusammen! Lux, vielen Dank für die Nominierung für die FCW Koch Challenge. Bei mir gibt es heute Bio-Lachs im Ofen, eine Kräuterkruste und eine Mango-Salsa. Das sind alle Zutaten. Als Bila gibt es Reis und einen Gartensalat. Hier ist alles bereit. Jetzt bestreife ich den Lachs mit einer Marinade. Der kommt jetzt in den Ofen. Bei 80 Grad. Eine Stunde. Oder ähnlich wie gross es ist. Der Lachs ist fertig. Jetzt geht es nochmal ums Anrichten. So, das ist mein Gericht. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spass gemacht. Einen guten, wenn ihr es nachkocht. Kevin, ich nominiere dich. Mal schauen, was du aus dem Hut zauberst. Ich bin ein Gericht. Ich bin ein Gericht. Ja, ich bin ein Gericht sonst immer mehr poopierd. Eine Stunde.